Thomas Bernhard, alles oder nichts, ein deutscher Akt, Schauplatz, Schauspielhaus Frankfurt, die Personen, der Bundespräsident, der Bundeskanzler, der Außenminister, das Fräulein Redepenning, Kanapé, ein Pekingese, ein Zwerg, Bühnenarbeiter, der sogenannte Moderator, Publikum, Herr Gürgens, ein alter Schauspieler, 1981. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Höhepunkt unserer Veranstaltung. Ja, ich muss sagen, zum absoluten Höhepunkt unseres Abends. Wir hatten einen Zauberkünstler zu Gast und nicht nur irgendeinen. Wir hatten eine Sängerin zu Gast und nicht nur irgendeine, die uns die Isolde zur singenden Säge gesungen hat. Wir hatten den berühmten Schauspieler Gürgens hier auf dem Podest, der nicht nur den Faust gespielt hat, sondern auch den Mephisto und der demnächst das Gretchen spielen wird, wie er mir verraten hat, in Paris, in einem eigens für diesen Anlass gebauten Theater. Das haben wir alles gesehen, aber jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt der Höhepunkt. Ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Gleich spazieren die Spitzen des Staates auf. Ich habe mir gedacht, vor der Wahl, ich habe nicht gedacht, vor der Wahl ist dem Politiker nichts zu dumm, um alles zu gewinnen. Das habe ich nicht gedacht. Aber ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn ich an diesem Abend die Spitzen unseres Staates hier auf das Podium heraufbitte, meine Damen und Herren. Und ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Es ist mir gelungen, alle drei, nämlich den Herrn Bundespräsidenten und den Herrn Bundeskanzler und den Herrn Bundesaußenminister, der ja die sogenannte dritte Partei im Staat vertritt, unseren hochgeschätzten Herrn Außenminister auf das Podium zu bitten. Eine Bombe, nicht wahr? Das ist eine Bombe in Deutschland. Der Bundespräsident, der Bundeskanzler und der Außenminister hier auf dem Podium des Frankfurter Schauspielhauses neben mir und Millionen Zuschauer an den Fernsehschirmen. Nun fangen wir aber an, meine Damen und Herren. Ich nehme an, meine Herren, Sie kennen den Verlauf unserer Veranstaltung. Sie kennen unsere Regeln. Die Regeln sind ja nicht schwierig. Übrigens läuft unsere Veranstaltung heute zum 25. Mal ab. Da habe ich mir gedacht, da sollten unsere Spitzen des Staates dabei sein. Die drei höchsten Spitzen. Darf ich um Ihren Applaus bitten? Vielen Dank, meine Damen und Herren. Natürlich habe ich mir allerhand einfallen lassen. Sie, meine Herren, werden sehen, es ist nicht schwer. Im Grunde ist es ganz leicht. Die Aufgaben sind ganz leicht. Aber natürlich, man kann, wie Sie wissen, alles oder nichts gewinnen. Entweder, meine Herren, Sie gewinnen alles oder nichts. Nicht wahr, meine Damen und Herren? Alles oder nichts. Nun, meine Herren, das hier ist Fräulein Redepenning, meine Assistentin. Sie kennen sie ja. Einen Applaus für das Fräulein Redepenning, bitte. Viel Applaus. Viel Applaus. Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön. Sozusagen der Schiedsrichter, meine Herren. Der unabhängige Schiedsrichter. Mein Pekineser Hündchen Kanapé. Jetzt hast du gut geschlafen. Kanapé. Ganz gut geschlafen. Genau. Und siehst du, pass auf. Weißt du, wen wir heute hier haben? Ganz außergewöhnliche Leute. Kanapé. Pass auf. Hier haben wir die Spitzen des Staates. Da, sieh sie dir genau an. Ich stelle sie dir vor. Pass gut auf. Also dieser Mann da, der hier, der Erste, der mit dem Mittelscheitel, dem Glänzenden, mit dieser guten Gesichtsfarbe. Schau ihn dir gut an, Kanapé. Präck ihn dir ein. Das ist der Bundespräsident mit einer etwas zu engen Hose, glaube ich. Oder irre ich mich da, Herr Bundespräsident? Ja, nun gut. Also der Mann mit dem gepflegten Mittelscheitel. Ein tüchtiger Wandersmann. Kanapé, musst du wissen. Ein gescheiter, gebildeter Mann. Absolut ein Vorbild. Ich möchte sagen, kein gelehrter, aber absolut ein Vorbild für alle Deutschen. Ein sogenannter Wandervogel. Ja, du hast richtig gehört. Ein sogenannter Wandervogel. Das ist unser Herr Bundespräsident. Ein schlanker, gutaussehender Mann. Wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Auf den die deutschen Frauen fliegen. Ja, dafür gibt es einen Applaus, meine Damen und Herren. Für den schlanken Wandersmann mit seinem gepflegten Mittelscheitel. Applaus, Applaus. Ja, und du, Kanapé, was sagst du zu unserem Bundespräsidenten? Gefällt er dir? Der Hund bellt dreimal kurz. Mein Kanapé freut sich über Sie, Herr Bundespräsident. Sie haben es gehört. Er dankt Ihnen, dass Sie gekommen sind. Dass Sie keine Mühe gescheut haben. Aber wir scheut heute schon Mühe, wenn es um die Wurst geht. Pardon, wenn es um die Wahl geht. Nun habe ich dir, Kanapé, den Herrn Bundespräsidenten vorgestellt. Jetzt schreiten wir weiter. Und hier siehst du, der zweite Mann hier. Der etwas kleinere. Was keine Beleidigung sein soll, natürlich. Kanapé, stell dir vor, das ist der Herr Bundeskanzler. Der uns heute die Ehre gegeben hat. Da steht er in seiner ganzen Größe. Gerade, wie ich höre, von einer Weltreise zurück. Er hat sich mit dem amerikanischen Präsidenten getroffen, Kanapé. Der Hund bellt dreimal kurz. Ja, Herr Bundeskanzler, wie war es denn nun in Amerika? Haben Sie erreicht, was Sie wollten oder nicht? Das ist natürlich eine kurze Frage, die man natürlich nicht beantworten kann. Die Frage, was erreichen Politiker überhaupt? Aber darum geht es gar nicht. Der Herr Bundeskanzler ist etwas ermüdet. Aber wir haben ihn zurecht geschminkt. Das stört Sie doch nicht, Herr Bundeskanzler, oder? Dass ich das sage, dass Sie von uns für diese Sendung zurecht geschminkt worden sind. Wie übrigens die beiden anderen Herren auch. Finden Sie nicht, meine Damen und Herren, dass wir die Herren sehr gut zurecht geschminkt haben? Finden Sie nicht? Ja, einen Applaus. Vielen Dank. Ja, da stehen Sie nun und unterwerfen sich mir. Die Spitzen des Staates. Die Spitze des Eisbergs. Nun ja. Also, Kanapé, du siehst hier der dritte Herr, der kleinste von allen dreien. Aber nicht der unbedeutendste. Nein, nein. Das ist unser Außenminister. Das ist der Vorsitzende der dritten Partei im Staat, der um jede Stimme ringt. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Ja, ich habe recht. Der Hund bellt dreimal kurz. Das Publikum tobt. Um jede Stimme, natürlich. Um jede einzelne Stimme. Nun habe ich die Herren, die wir ganz ruhig als die Spitzen des Staates bezeichnen können, vorgestellt. Weil sie ja auch die Spitzen des Staates sind, nicht wahr? Die Spitzen des Eisbergs, der Deutschland heißt. Mehr will ich nicht gesagt haben. Und Herr Gürgens hier drüben, der große Mime, der ist ganz fasziniert von unseren Höhepunktkandidaten. Herr Gürgens, sagen Sie doch kurz, welchen dieser Herren finden Sie denn am famosesten? Sagen Sie es ruhig. Sagen Sie es ruhig. Ich finde alle drei famos. Ganz famos. Ja, ganz famos. Und Sie, wie finden Sie die drei denn, liebes Publikum? Finden Sie sie auch so famos wie Herr Gürgens? Das Publikum bricht in ungeheures Ja-Schreien aus und applaudiert immer heftiger. Dazu spielt auch die Musik laut auf. Die Zeit drängt, meine Damen und Herren. Wir kommen zur ersten Runde. Ich habe mir gedacht, wir beginnen wie immer mit dem Sackhüpfen. Fräulein Redepenning, die Säcke bitte. Fräulein Redepenning bringt drei Rupfensäcke herein und übergibt sie den drei Politikern, die in die Säcke hineinschlüpfen. Nun sind sie in die Säcke geschlüpft, meine Damen und Herren. Und wenn ich das Zeichen gebe, rennen Sie drei bitte auf Kanapie zu. Ja, ich gebe das Zeichen und Sie rennen auf den Hund zu. Wer zuerst bei dem Hund angelangt ist, hat gewonnen. Der Moderator hebt die Hand und lässt sie fallen. Die Politiker rennen auf den Hund zu. Ja, das geht hervorragend, meine Damen und Herren, wie schnell die drei rennen. Noch niemals sind Kandidaten so schnell gerannt. Die Politiker kommen gleichzeitig beim Hund an. Der Hund bellt dreimal kurz und hebt das rechte Vorderbein. Das Publikum tobt. Ja, also, da ist es ja, da ist ja das Unglaubliche. Fräulein Redepenning, ich glaube, alle drei waren gleichzeitig beim Hund angekommen. Oder irre ich mich? Nein, Sie irren sich nicht. Die Herren waren alle drei gleichzeitig bei Kanapie. Das ergibt für jeden der Herren 300 Punkte. Ja, wer hätte das gedacht, meine Damen und Herren? Bitteschön, schlüpfen Sie ruhig aus den Säcken heraus. Fräulein Redepenning nimmt den Politikern die Säcke ab und geht damit hinaus. Ja, stimmt es denn, dass die Politik von allen Künsten die höchste ist? Stimmt das, Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler, Herr Außenminister? Die Politiker geben, verlegen keine Antwort. Ich glaube, Klausewitz hat das gesagt. Klausewitz, ja, ja, natürlich, Klausewitz, ja, Klausewitz. Sehen Sie, meine Damen und Herren, der Herr Bundespräsident ist der Gebildetste, wobei ich nichts gegen die anderen Herrschaften gesagt haben will. Und natürlich sollte unsere Veranstaltung auch etwas Ernstes enthalten. Und gerade heute natürlich etwas Ernstes. Fräulein Redepenning ist wieder hereingekommen. Wir wollen nicht mehr so viel Umbauten machen hier auf der Bühne, weil wir ja so große, bedeutende Persönlichkeiten hier haben, die ja ohnehin, sage ich, ohnehin die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also schreiten wir zur nächsten Frage. Der Moderator wendet sich dem Hund zu. Du weißt diese Frage schon, Kanapie, ja. Kanapie hat mir gestanden, dass er sich ganz besonders auf diese Frage freut. Sie werden gleich sehen, warum. Kanapie, jetzt kommt die Frage, pass auf. Die Frage, auf die du dich am meisten gefreut hast, jetzt kommt sie schon. Und die Frage lautet, Sie sollen diese Frage so schnell als möglich beantworten, meine Herren. Und vielleicht beantworten Sie sie wie aus der Pistole geschossen, was ich annehme bei diesem hohen Intelligenzgrad. Also die Frage lautet, die Frage lautet, was ist der Unterschied zwischen Frankfurter und Wiener Würstchen? Alle drei Politiker schreien, gar keiner. Sehr richtig, sehr richtig, meine Herren. Die Frage ist sehr richtig beantwortet und das wundert mich nicht. Der Hund bellt siebenmal kurz hintereinander, als ob er sich diebisch freute. Man könnte auch sagen, die Frage ist zu dumm. Andererseits, Fräulein Redepenning, wie steht es mit den Punkten? Die Herren haben alle 300 Punkte zusätzlich. Nun stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Sie haben alle drei wieder 300 Punkte, unsere Politiker. Macht Sie das nicht größenwahnsinnig, meine Herren? Zwei Fragen und sechs richtige Antworten. Das verdient einen absoluten, ungeheuren Applaus, meine Damen und Herren. Dankeschön, Dankeschön. Aber glauben Sie nicht, dass es so leicht weitergeht. Oh nein, wir haben uns alle Hand einfallen lassen, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich doch bitte einmal da drüben auf, meine Herren. Und hören Sie gut zu. Achten Sie genau auf meine nächste Frage. Herr Gürgens hat Sie blendend beantwortet, aber ich verrate Ihnen natürlich nicht, wie. Keiner P kennt die Antwort auch. Ich zähle bis drei, stelle die Frage und Sie antworten bitte so schnell als möglich, meine Herren. Nun, wie heißen Sie? Okay, die Politiker schreien ihren Namen gleichzeitig. Sehr gut gewonnen! Der Hund bellt dreimal kurz auf. Alle drei, meine Damen und Herren, haben ihren Namen gleichzeitig ausgesprochen. Das ist ja sensationell. Sensationell ist das. Obwohl wir keinen dieser Namen verstanden haben, weil sie ja alle drei gleichzeitig ausgesprochen wurden. Bitte, Herr Bundespräsident, sagen Sie uns doch jetzt Ihren Namen. Carstens und Sie, Herr Bundeskanzler, Sie bitte auch. Schmidt und Sie auch, Herr Außenminister. Genscher. Carstens Schmidt-Genscher. Ein köstliches Trio, meine Damen und Herren. Geradezu eine Triole, würde ich sagen. Dafür, dass die Herren ihre Namen so gut ausgesprochen haben, gibt es natürlich jetzt einen donnernden Applaus, meine Damen und Herren. Ja, danke schön. Applaus für die Staatsspitze. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wenn ich mir Cannape so ansehe, denke ich oft, vielleicht ist er der gescheiteste. Da ist allerhand drin in den Augen. Ja, ein Pekingese, denke ich. Und dann noch... Lassen wir das. Nun, meine Herren, es geht darum, wer von Ihnen sich am schnellsten an den Kopf greifen kann. Und das geht auf einen Schuss. Moderator nimmt eine Pistole und zielt damit in die Luft. Erschrecken Sie nicht, ich schieße ja nur in die Luft. Aber im Übrigen sollen Sie in der nächsten Position unserer Veranstaltung selbst schießen. Allerdings nicht wie ich in die Luft. Also, ich gebe den Schuss ab und Sie greifen sich an den Kopf. Es ist gleich, ob Sie sich an der linken oder an der rechten Seite an den Kopf greifen. Meine Damen und Herren, mit Herrn Gürgens habe ich übrigens gewettet, dass zwei sich an die linke Kopfseite greifen und eine an die rechte. Ich habe meine Wette notariell hinterlegt, meine Damen und Herren, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Es geht nur um eine Flasche Champagner für Herrn Gürgens und um 10.000 Mark für die Hungernden in Angola. Ja, die Hungernden, aber das ist ein anderes Problem. Über den Welthunger können wir ein anderes Mal ausführlich sprechen, meine Damen und Herren. Nun gut, ich schieße also und Sie greifen sich an den Kopf. Achtung! Der Moderator schießt. Die Politiker greifen sich alle gleichzeitig an den Kopf. Herr Carstens an die rechte Kopfseite, Herr Schmidt an die linke Kopfseite, Herr Genscher an die linke Kopfseite. Das ist ja unglaublich, meine Damen und Herren. Was sagen Sie, Fräulein Rede-Penning? Das haben wir noch niemals gehabt, dass sich drei Kandidaten gleichzeitig mit derselben Geschwindigkeit an den Kopf greifen. Was sagst du, Kanapé? Der Hund bellt dreimal kurz auf und hebt das linke Hinterbein. Der Zwerg nickt, soweit er kann. Wie viele Punkte sind das, Fräulein Rede-Penning? Die Kandidaten haben alle drei gleich viele Punkte. Also wieder 300 Punkte. Wenn das in Deutschland Schule macht, meine Damen und Herren, dass sich alle gleichzeitig an den Kopf greifen. Aber weiter. Wir sind ein bisschen in Zeitbedrängnis, sehe ich gerade, obwohl ich mir vorstellen kann, dass wir die Zeit überziehen mit den Spitzen des Staates, meine Damen und Herren. Da kann einem ja nichts passieren mit den Spitzen des Staates. Kommen Sie doch bitte her, meine Herren. Sehen Sie, meine Herren, ich habe mir jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht und ich hoffe, Sie missverstehen mich nicht und verstehen Spaß. Politiker müssen ja Spaß verstehen und schließlich und endlich. Nun gut. Ich habe mir etwas ganz Besonderes ausgedacht, meine Herren, mit meinen Mitarbeitern, die jetzt gleich ein Fass hereinrollen werden. Aber nicht, wie Sie vielleicht denken, ein Weinfass. Wie Sie denken, Herr Carstens, ein Weinfass. Oder wie Sie denken, Herr Gentscher, ein Bierfass. Oder wie Sie denken, Herr Schmidt, ein ganzes Fass voller Kognak. Nein! Es handelt sich hier um ein ganz gewöhnliches Jauchefass. Also, erschrecken Sie nicht, meine Herren. Drei Männer rollen ein großes Jauchefass herein auf die Bühnenmitte. Natürlich ist das Jauchefass nicht mehr mit Jauche gefüllt. Das wäre ja auch gar nicht unsere Absicht. Aber es ist ein originales Jauchefass, meine Damen und Herren. Nicht ausgewaschen. Und wenn Sie näher hinsehen, dann stinkt es noch ganz schön, meine Herren. Ja, das ist ja auch der Reiz, dass es stinkt. Jauche, meine Herren, ganz natürliche Jauche. Ich möchte sagen, das Natürlichste von der Welt. Dieses Jauchefass ist von einem original hessischen Bauernhof, der auch heute Abend in Betrieb ist. Und das Jauchefass wird auch gleich nach dieser Veranstaltung wieder in Betrieb genommen. Wir haben es nur für diese Veranstaltung ausgeliehen. Boah, tatsächlich. Es stinkt schon. Merken Sie, es stinkt schon. Ja, meine Damen und Herren, wahrscheinlich ist der Gestank noch nicht bis zu Ihnen vorgedrungen, aber hier oben, glauben Sie mir, auf der Bühne, da stinkt es schon. Sehen Sie, Herr Bundespräsident, Sie rümpfen ja schon die Nase. Und auch Sie, Herr Schmidt, ja, wo nichts ist, ja, nun komme ich aber zu unserer Aufgabe. Keine Frage einer Aufgabe. Und wieder gibt es natürlich für jeden Gewinner 300 Punkte, meine Damen und Herren. Aber darüber hinaus hatten wir einen grandiosen Einfall. Mitten im Jauchefass klebt an der Originaljauche, wie ich betonen muss, an der Originaljauche ein Stimmzettel. Und wenn Sie durch das Jauchefass durchgekrochen sind und auf der anderen Seite wieder herauskommen und Sie haben diesen Stimmzettel von der Jauche lösen und in der Hand mitnehmen können, haben Sie eine Stimme für Ihre Partei. gewonnen. Das ist dann sozusagen Ihre Garantiestimme. Haben Sie verstanden? Die Politiker schauen sich gegenseitig an. Natürlich kann immer nur einer der Herren durch das Jauchefass kriechen. Und ich würde sagen, Herr Bundespräsident, Sie sind der Erste, ja? Danach dann bitte der Herr Bundeskanzler und dann bitte ich Herrn Genscher. Natürlich haben wir ein Zeitlimit. Wir veranschlagen eine Minute. Verstanden? Ja. Also, fangen wir an. Herr Carstens, bitte. Der Bundespräsident geht zum Jauchefass und hockt sich davor. Kanapé, du überwachst die Herren, ja? Damit Sie nicht mogeln. Aber hier geht mogeln ja gar nicht. Nun also, meine Herren, bitte achten Sie auf Ihren Kopf, Herr Carstens, ja? Der Bundespräsident zieht den Kopf ein. Mein Kommando ist kurz. Ich sage nur los. Und haben Sie mich verstanden, Herr Carstens? Ja? Also, ich zähle bis drei und dann sage ich los. Moderator zählt bis drei. Los! Der Bundespräsident kriecht durch das Fass und kommt am Ende mit einem weißen Stimmzettel heraus. Ein ungeheurer Applaus bricht aus. Der Bundespräsident steht mühselig auf und hält dem Moderator den Stimmzettel hin. Nur 22 Sekunden, Herr Bundespräsident, nur 22 Sekunden. Der Stimmzettel gehört Ihnen, Ihnen, Herr Bundespräsident. Ihre Garantiestimme sehen Sie ganz, ganz sicher. Fantastisch, fantastisch, Herr Bundeskanzler. Nun beruhig dich doch, Kanapé, wir haben ja noch zwei Kandidaten. Herr Bundeskanzler, darf ich Sie nun bitten? Der Bundeskanzler nimmt vor dem Jauche-Fass Hockstellung ein und der Moderator hebt die Hand, zählt bis drei und sagt los. Der Bundeskanzler kriecht mit rasender Geschwindigkeit durch das Fass und erscheint auf der anderen Seite wie Carstens mit einem Stimmzettel. In 19,5 Sekunden, Herr Bundeskanzler, das ist unglaublich. Sehen Sie, Sie sind ja geradezu rasend, Herr Bundeskanzler, rasend durch das Jauche-Fass gekochen. Direkt olympisch, Herr Schmidt, olympisch. Meine Damen und Herren, war das nicht olympisch? Na, das war doch olympisch, meine Damen und Herren. Das Publikum schreit olympisch, olympisch. Schmidt und Carstens stellen sich mit ihren gewonnenen Stimmzetteln nebeneinander, während Genscher vor dem Jauche-Fass Aufstellung genommen hat. Der Moderator hebt die Hand und zählt bis drei und schreit los. Der Außenminister kriecht in genau zwölf Sekunden durch das Jauche-Fass und kommt, wie die beiden anderen Kandidaten, mit einem Stimmzettel am Ende heraus. Das ist ja nicht möglich, Herr Genscher. Herr Genscher ist in genau zwölf Sekunden durch das Jauche-Fass gekrochen. Das schlägt alles, das schlägt alles, alles, alles. Ist das nicht beruhigend, meine Damen und Herren, dass jetzt jeder von Ihnen, meine Herren, schon einen sicheren Stimmzettel in der Hand hat? Ach, ich kann mir denken, dass das das Politikerherz beruhigt. Wie lieb die Herren jetzt ausschauen, meine Damen und Herren, oder? Drei liebe Herren, drei durch und durch liebe Herren, die wir an diesem Abend lieb gewonnen haben. Habe ich recht? Habe ich recht, Kanapé? Habe ich recht, meine Damen und Herren? Nun sind die Spitzen des Staates, die Staatsspitzen, durch das Jauche-Fass gekrochen, in der Höchstgeschwindigkeit, meine Damen und Herren, in der Höchstgeschwindigkeit. Und man kann ruhig sagen, dass Ihnen wirklich nichts, nichts zu dumm gewesen ist, um an eine Wählerstimme zu kommen. Allerdings an die sicherste aller Wählerstimmen. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Jetzt geht es um die Gewissensfrage. Nicht wahr, Kanapé? Um die Gewissensfrage. Ja, meine Herren, wie Sie wissen, stellen wir allen unseren Kandidaten eine Gewissensfrage und natürlich immer eine andere Gewissensfrage. Und diese Gewissensfrage ist ja auch der Höhepunkt des Abends. Ja, nur mein Kanapé weiß, um welche Gewissensfrage es sich heute handelt. Meine Herren, und diese Gewissensfrage sollten Sie natürlich aufrichtig, andererseits aber so schnell als möglich beantworten. Je schneller, desto besser natürlich. Wer zuerst antwortet, bekommt die meisten Punkte, selbstverständlich. Also, hadern Sie nicht. Gehen Sie der Frage auf den Grund. Antworten Sie sofort, wenn Sie die Frage gehört und verstanden haben. Die Frage ist kurz und bündig. Antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Aber antworten Sie so schnell als möglich. Und mit dieser Frage sind wir auch schon am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Wir müssen auf das Schießen leider verzichten. Ich wollte die Herren auf Marx und auf Jesus schießen lassen. an diesem Schießstand da drüben. Sehen Sie? Den wir extra für Sie aufgebaut haben, meine Herren. Aber dazu haben wir leider keine Zeit mehr. Heute wird also nicht geschossen. Wir sind bei der Gewissensfrage. Gestellt an die Spitzen unseres Staates. Und wir hätten ja keinen anderen Höhepunkt haben können, als Sie, die Staatsspitze, heute hier bei uns, bei dieser Jubiläumsveranstaltung in Frankfurt, in der Stadt Goethes, sozusagen im Herzen Deutschlands, das immer am Main geschlagen hat. Hier im Frankfurter Schauspielhaus vor Millionen zuschauenden Menschen in ganz Deutschland und in der ganzen übrigen Welt, wenn ich das sagen darf. Meine Herren, die wir von hier aus grüßen, die ganze deutschsprachige Welt und die ganze übrige Welt. Also kurz, meine Herren, mein lieber Herr Bundespräsident, mein lieber Herr Bundeskanzler, mein lieber Herr Außenminister, meine Herren, aufgepasst, die Gewissensfrage. Und meine Damen und Herren, hören Sie gut zu, was die Herren antworten. Hören Sie gut zu, meine Damen und Herren? Achtung! Die Frage lautet, sind Sie im Herzen Nationalsozialist? Alle drei Politiker antworten wie aus der Pistole geschossen, ja! Das Publikum tobt, die Musik tobt. Fräulein Redepenning schreit, die drei Herren haben alle gleich viel Punkte, die drei Herren haben alle gleich viel Punkte, jeder der Herren hat dreitausend Punkte, das sind zusammen neun tausend Punkte. Herr Gurgens ruft, alle Herren haben gewonnen, die Spitzen des Staates haben gewonnen, die Staatsspitze hat gewonnen. Fräulein Redepenning schreit, der Gesamtgewinn geht an die Welthungerhilfe. Der Hund bellt, wie er noch nie gebellt hat, und fällt von seinem Sessel zu Boden. Der Zwerg bekommt einen Schreikrampf, die Politiker schauen sich stumpfsinnig an, mitten in den Tumult hinein fällt der Vorhang. Vielen Dank. Vielen Dank.